willkommen auf meinem kanal ich möchte dir heute hier diesen mod vorstellen dazu benötigst du hier den global company mod um den global addon baumarker mod hier zu verwenden zu können ja mit dem kannst du hier nehmen wir hier die kategorie also spree dosen kaufen beispiel hier x jetzt die hier um die bäume zu markieren was gefällt werden dann hier mit pl also da wo man wieder da rundherum aufforsten wo wir will also von anfang a bis ende und dann hier wie man hier sieht also st also weiß daher eine rückgasse kann man erstellen das nicht das tolle daran dass hier unten auch die beschreibung natürlich dafür ist also jede dose kostet hier 500 euro in der anschaffung unterhalt kostet nichts ich habe sie schon gekauft also kann ich noch mal kaufen ich habe hier mich auch schon ein bisschen ausgetobt wie man hier sieht finde ich irgendwie eine tolle sache dieser mod ein nachteil ist man kann jetzt wenn man jetzt hier das x auf gesprüht hat man kann nichts mehr anderes aufspüren oder hier das für die rückgasse das st dann kann ich kein x mit rüber sprühen oder hier wo aufgeforstet ist das pl dann kann ich also das hier nicht nachher weg machen das wäre irgendwie cool wenn es so was noch kommen würde wo man die bäume also demarkieren könnte also das irgendwie ein radiergummi weg machen könnte da kommen wir jetzt hier habe ich den baum schon mal also in jungfahrt oder so nein habe ich noch nicht in jungfahrt also wir gehen jetzt daher und einfach mal hier haben wir das x ist aufgeknallt ich kann mit dem mausrad oder der taste 1 und 2 er kann ich jetzt auch hin und her wählen das ist wirklich super sache da kommen wir jetzt mal hierher gehen da kommen wir hierher sehen da wollen wir rundherum aufforsten dann markieren wir das noch gleich man sieht also es kommt nicht dann immer an der stelle hin wo man davor steht daran wie der baum also platziert worden ist da haben wir halt nicht also grad für die möglichkeit also den machen wir weg gleich und das finde ich das ist eine tolle sache das ganze ja wenn dir hier dieses video gut natürlich gefallen hat dann schau es natürlich wieder rein würde mich natürlich freuen hiermit sei ich servus grüß euch euer franz hier